Das ist gleich weg hier. Warte mal, wo wir sind. Warum nicht? Dann bist du wieder hier. Komm mal her, wo bist du denn? Was denn? Hier. Was ist denn hier? Das selbe Spahn. Guck mal bitte in den Rucksack rein. BP-Munition, danke, aber... Das Ding kann man nicht droppen. Ach komm, leck mich am Arsch. Ach so, nimm den Rucksack. Wieso, was wolltest du noch nicht schmeißen? Ach, da war noch so ein Schlüsselanhänger drin, den ich geeignet geben wollte, weil ich noch drei Stück rumfliegen habe. Ach, nö. Aber die kannst du wieder nicht stroppen, die Dinger. Verkauft sind über 50.000 Rudel. Ja, ich weiß. Das hättest du schon alle verhöger. Ja. Kannst du den hoch? Na, ich bin hinten. Hinten in den Weg zwischen den Pelzen. Ich bin kurz vorm Strommast. Ich bin schon oben, ja? Ich sehe dich links. Das spricht aber nicht mit uns. Doch, doch. Doch. Ich war nur gerade noch an dem Hintenstich. Ich bin gleich oben. Ich habe ihn im Blick jetzt. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Gut. Wow. Und der Matze läuft schon drüben wieder runter. Ja. Ja. Und ein bisschen weilen, ja. Na ja. Mach's gerne. Ich weiß, ich gucke nochmal hier in den Waggon rein. Ich bin jetzt links von dir, Matze. Ich bin hier bei den Kisten hier oben, Alter. Das ist ja geil. Ja. Was war das bei uns? Ja, vorne Jockenruf oder Bushaltestelle. Kleine Baustelle würde ich sagen. Ich bin drüben schon den Berg wieder hochgelaufen. Ah, ok. Was ist denn her? Ich bin quasi am Durchbruch. Ich sehe dich. Komm mal zu euch. Ich bin hinter dir, Matze. Ah, ok. Warte mal. Ich hocke mich mal hier. Ja, ja. Muss mich mal... ...n Bonbon in die Kiemen schieben. Was heißt hocken? Ich hänge im Gebüsch. So, ich hör dich laufen. Irgendwie? Ja, vor dir lieber. Ja, das ist vor uns an der Bushaltestelle würde ich sagen. Fast. Warte mal Richtung Dorms, ne? Ja, müssen ja. Also ich muss ihr nicht. Ihr könnt ja dann draußen bleiben. Wenn du da sind, dann durchbruch du eins. Ich bin schon gleich am Zelt. Ich komm jetzt durch den Durchbruch. Das Zelt sehe ich jetzt. Jetzt macht's aber. Ich bin jetzt gleich am Zweierdorms dran. Dann muss man was saufen. Wie liegen wir hier noch, Matze? Wo seid ihr? Wir sind am Zweierdorms. Im Zweierdorms. Ja, ja, ich auch. Wir sind im Dreier, ne? Da steht am Badefenster. Irgendwie. Ja, ich wollt mal wurschen, aber... Andere, da musst du rein, Matze, ne? Nö. Ja, ja, hier am Zweierdorms ist was drinne. Doch ist nicht gehört. Oben drum oder andersrum? Nee, ich renne hier hoch. Warte mal. Du hockst dich mal in den Deckung. Du musst aber einmal komplett durch, ne? Was, nee? Das ist 3 und noch 3? Ich weiß es nicht. Komplett durch. Haube ich. Wir müssen halt aufpassen, im Zweierdorms ist was drinne. Hörst du? Ja, ja, ich hüpfe hier unten im Dreierdorms, unten ins L. Ich renne mal hoch. Hörst du mal nix? Mir ist scheißegal, ich hält Matze. Ne, aber mich jetzt nicht blockieren, du musst den Weg reinlassen, also drücken. Achso, ist... Behinder die, alles gut. Hörst du da oben noch nicht auf? Ne, hier, auf der Seite nicht. Ich bin tot, unten unter 1 im L ist was drinne. Was? Ist denn die scheiß 303, Alter? Hier oben? Willst du mich verarschen? Hier, oder was? Ja, ich bin oben. Halt mal die... Du bist ganz durch. Halt mal die Treppe im Auge. Alter, wie ist denn er hier oben zur Tür reingekommen? Ja, von der Seite kannst du zur Tür reingekommen. Ich bin tot. Oh, echt jetzt? Was war denn das, Alter? Hörst du nass, halt ruhig. Ich bin tot. Und wenn es hier oben ist. Ich bin tot. Die Teile. Die Teile. Ich bin tot. Ich habe Ärsche aufgerissen. Ich habe dick, dass ich jetzt schon an den Gehäller habe meinen Gehäller-Sachen habe. Ich habe etwaszeitig aufgesucht. Ich sage es, dass ich es nicht so sehr gut�ast. Ich habe es selbst über die Behandlung, dass ich dir das nicht so sehr gut Players wie es nicht so sehr. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ich bin noch in meinem zimmer ich habe hier zwei leute erschossen bist du tot ich habe gerade durch heilen müssen draußen ach du bist doch da ja ja okay ich war fast tot ich fühle mich hier nicht so wohl kommst du oder kommst du nicht? ja hier oben ist noch einer ich habe nicht mal eine granate man dann habe ich auch noch links komm runter, bin unten ja, kommst du mir, ich bin hier auf der Anhöhe du schlägst rechts du bist auf diesem Hügel mit dem Büschen, oder? ja, wo der kleine Feldstein ist kleiner Feldstein weiß ich nicht komm mal, ein Zaun ich höre dich, bist du das? ja hier, hallo ja, okay ich müsste mich mal flicken, meine Arme sind weg brauchst du was? ich hau mich mal hier hinten, ich habe alles aber nicht zu mir, wenn dich hier einer sieht, dann feuert er ins Gebüsch such dir dein eigenes, ne, ich bin hier oben ich bin in die weiße Baracke rein ja liegen schon Leichen, Alter den hast du schön lang gemacht, geil den Plei, mein bester die Plural das ist immer, den habe ich jetzt gar nicht gelootet aber drauf geschissen drauf geschissen der eine war, glaube ich, besser gebiert als der andere spieler Ja, ich bin hier am Checkpoint hier. Ich loot gerade die Leichen. Okay. Nicht alles so schlecht. Runter. Ja. Oh, ist das Boot da? Warte mal. Nee, ich muss ja noch... Boah ist da. Ja, du kannst raus. Ich muss noch zur Kabine. Ich muss ja das platzieren, das Fall. So, nee, komm ich mit. Mit, machst du. Okay. Mein, kommt bei noch nicht im Stich hier. Dann hilft das alles, Karten kennenzulernen. Wieso sehe ich alles verschwommen? Nein, das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Bist du am Vertursten, verhungern oder sonst irgendwas? Nee, 34, 49. Ja, es wurde schon hier hinten lang. Ich muss ja nicht übers Stichwett laufen. Bist du jetzt? Ja, ich bin an der Mauer durch. Hier unten. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich will da rüber laufen. Zum umgekippten Hängermatze. Wir rieren ein bisschen. Ist da einer mitgelaufen oder? Habe ich mich bloß verhört. Anfänger. Hier. Anfänger. Ah. Oh, du springst mal irgendwo drüber. Ich wollte, aber ich hatte keine Ausdauer mehr. Heldenhaft. Ich warte hier, ne? Okay. Bei der Müllhalle warte ich hier. Den zweiten, der war aber auch besser. Naja, der hatte auch besseres Kira, also den hätte ich gerne genommen. Geil. So, na dann noch hinaus mit uns. Hier unten, wo ist das noch hier? Na, geh mal kurz hier oben rein. Eine Tasche oben, warte. Ich warte nicht wegen deiner Tasche. Warte, na klar. Hey, ich kann normal machen. Ne, also entkommen. Ich glaube, hier musst du entkommen. Wo bist du? Wo muss ich eigentlich hin? Na, einfach hier geradeaus in die Gebüsche. Praktisch einfach links halten an der Wand weiter. Ah, ich bin schon. Ah, alles klar. Ja, jetzt hast du damals egoistisch. Also wegen deinem Loot halte ich da jetzt nicht an. Dennis hat sich ausprobiert. Der war ja. Musik 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 Musik